Seinen gegrüß zur nächsten folge von minecraft es geht ganz einfach machen wir da weiter wo wir aufgehört haben einfach damit ich es jetzt hinter mir kriege ich will das diese nacht habe ich aufnahme diese nacht noch schaffen also jetzt nicht die minecraft nacht sondern hier die live nacht wir haben den 20.10 also tag die zack wir haben die zack einst erzehnter ist ein die zack 2015 und ja ich habe nachts sechs plätze zu tun aussah der abzubauen und vor in den besten familien aber davon lasse ich mich nicht unterbringen immer noch mit dem gedanken nebenbei überlegen was ich hieraus machen werde ich habe gerade ein paar nacken spiele im kopf ich glaube wenn wir da vergessen werde versuchte jetzt ein bisschen zu erläutern damit ich wenn ich es wieder vergesse ein bisschen in der folge nachschauen kann und zwar wir machen den boden auch noch weg da wir auf gleicher höhe sind brauche ich dann dahin dann bekannt als eine wüste ist wenn es das einheitlich das bild hier einheitlich gar kein problem so und dann bauen wir eine brücke hier rüber die brücke haben wir schon angefangen mit diesem kleinen aussichtsposten das bauen wir dann weiter weiter hier rüber aus und dann hier hinten an und dann gibt es hier hinten eine kleine oase mit ein paar grasblöcken palmen gibt es hier nicht deswegen weiß ich es noch nicht unterteichwasser ding logisch und dieses teichwasser ding hat dies natürlich in dieser höhe selbstverständlich genau in dieser breite hier auf dieser seite runter ja man hat also praktisch brücke hier rüber hier rüber nach hier zum teil dass man hier eine art fluss der so hier rüber geht und da hinten ist dann die oase dann fließt das hier runter die brücke muss über den fluss gehen bei dem fluss über den kleinen fluss das haben meine meine gedankenspiele gerade weil ich einfach gerade so ein bisschen improvisiert habe und das versuchen wir dann mal umzusetzen einfach so weil ich habe mir noch weiter gedanken machen und dafür sage okay die erstbeste idee die nehme ich so einfach mache ich mir das so einfach geht das was blöde ist vielleicht muss nur eine komplette ebene mit wegreißen ja ich muss auf 69 bauen weil dann hier alles voller sand sein muss aber da habe ich ja sehr viel spaß haben das mache ich nicht diese nacht wird das jetzt mal alles auf eine ebene bringen mache ich jetzt dieser folge egal wie lange es dauert das sage ich jetzt bleibe darauf zurück wenn es soweit ist deswegen beeile ich mich jetzt damit es soweit kommen muss und ja ich werde natürlich wieder extrem abgehakt sein auch in der folge wo es wahrscheinlich so gewesen sein es liegt daran weil wir halt einfach 1 uhr 22 haben mitten in der nacht und ich möchte nicht hier rumchreien wie so ein idiot ich versuche klar und deutlich zu reden eine angewesene lautstärke ohne hier rumchreien zu also werden sich irgendwelche buchstaben oder sätze oder irgendwelche wörter wo plötzlich weg sein ja das könnt ihr euch dann zudenken irgendwie könnte ich einfach sagen es wäre praktisch ausgepiepst ja es wäre irgendeine beleidigung gewesen oder irgendwas er war und vor allem was er war und es wird dann ausgepiepst nur das ist ja nicht gepiepst sondern gemutet okay so handhaben wir das einfach wenn irgendwas wenn irgendwort fehlt ja dann war es eine beleidigung ich will ja nicht rumschreiben wir sind so ein idiot ja mehr am halswert sonst man kennt das ja wenn man versucht zu flüstern will doch klar und deutlich verstanden werden und doch noch laut reden wollen also laut reden und flüstern gleichzeitig ja man kennt das was ich weiß wie ein behindertes wirkt ja mitten in der nacht und warum hört irgend so ein spaßtier reden was soll die leute denn hier denken klar die wissen doch ich jetzt zocke ich sehe ja nichts neues hier aber zum glück denken die wenigstens doch ich zocke mit anderen menschen denken aber man rede mit denen aber das ist halt diesmal nicht so das müsste man sogar merken ich hätte ja ein bisschen verstanden im kopf weil ja wenn ich hier auf diese art und weiße rede ich wollte ja wohl merken wenn ich mich nicht unterhalte ja dass das pure selbstbreche hier sind ja entschuldigung entschuldigung für diese art und weise gerade wie ich geredet habe ich hab keine ahnung oder Junge ich rede voll bei Michael voll deutsch vom Gesicht fratzenmarsch dabei ja Gesichtszirkus wir sind schon bei 07 ich glaube noch viel zu viel das ist so ein problem nämlich ich muss jetzt von hier oben weiter abbauen weil da vorne ja der boden fehlt und dann komme ich von unten nicht mehr ran deswegen brauche ich jetzt die drei ein bisschen so ab damit ich hier nicht hin und her jumpen muss da ist alles Zeit jetzt sind wir gleich schon in Minute 8 dann sind wir gleich schon in der Zeit wo ich schweige genieße die Musik wo haben wir? haben wir. gut. so dann gleich fertig. wie es aussieht. wirkt so und ja wenn ich das alles vor der sand mache fahre ich ins lagerhaus und hole dort sand und fahre das nicht hier irgendwo ab. ist doch logisch oder? hier habe ich im lagerhaus also müsste ich diesem tor genug sand haben. hoff ich. wenn nicht bau das irgendwo anders ab. ich muss genug wüsten geben. wüsten starte. starten. starte. na warte typ. wüsten starte. wüsten starte. wüsten starte. wüsten starte. wüsten starte. wüsten starte. ich bin gerade vorkonzentriert. ich weiß keine ahnung wie lange ich jetzt geschwiegen habe. ich habe keine ahnung. ich bin echt. wow. ich bin voll am arsch. ich weiß nicht warum. das abbauen das macht mich hier gerade ultra fertig. wenn ich daran denke dass ich das alles noch mal eine stufe runter setzen muss. nur damit alles auf einer höhe ist ja zu dem da drüben weil ich das so haben will. ich weiß nämlich jetzt vorne weg. ich habe jetzt alles noch in den völkereienbomben hier. freut mich. also dass wir die völkereienbomben mit noch mehr müll zubomben können. das jackpot hochziehen. ich kann mir nichts besseres vorstellen. ich kann mir nichts besseres vorstellen. ich hätte noch mehr müll reinzusetzen. das ganze stein. blablabla blablabla. drrrrrr. oh mein ist das behindert ey. blablabla. steine abbauen so bescheuert ich das einfallen lassen hat die verschiedene zeiten hier meine friss war hier unten oh man also ich weiß nicht warum ich muss aber lachen wenn ich das sehe wenn ich es anscheinend baue einfach so betrieben schnell geht gegensatz zu den ganzen steinen hier so lächerlich so lächerlich so haben wir das schon mal immer kurz schnell wir müssen sammeln wegreißen ist scheißegal stehe keinem weh ob ich jetzt hier 5 blöcke sand mehr setzen muss oder nicht das stehe ich gar nicht mehr auf jetzt noch mal ein bisschen weil es also wieder geht und der ganze scheiß hier rumliegt so kommen wir mal kurz hier rein das ist nämlich gar nichts ich setze jetzt hier alles mit erde hier mal kurz zu vielleicht irgendetwas spawnt damit ich hier keine geräusche habe jedes mal kann ich hier nämlich einfach den sand draufsetzen da fällt der nicht automatisch runter so das gleiche machen wir dann hier auch noch mal haben wir genug erde das problem so hallo danke so ja ne ist klar ist egal die sand drauf hallo ja jetzt verbaut als sand hinkommt auch ein bisschen so weg machen die sand rein so ein bisschen an den seiten so ein bisschen weg ich würde es nicht ganz unten an den seiten machen weiß ich noch nicht ganz genau ich kann einfach hier wegrattern hier einfach die seite komplett wegrattern der sand drauf setzen dach auch erledigt und auch noch mal das gleiche mehr ein bisschen wegrattern dann weide ich dass der sand hinkommen ich sehe vor mir schon ein bisschen mehr wegrattern habe ich das gefühl das ist echt gar nichts hier gerade haben wir vor mir ein bisschen vorweg sand haben wir noch ich verfeinern wieder alles schön hier seitdem ein paar bomben eingeschlagen alles gut ich hoffe das passt gucken wie es aussieht oh dein ernst ja damit arbeit auf jeden fall so viel erde hier ja 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 sogar 64 sand zelzen kann aha ich habe was herausgefunden ich habe gerade vorwärts ein verbastigste idee mir so viel zeit ersparen kann boah als ich nicht vorher drauf gekommen bin zum glück bin ich jetzt drauf gekommen hier ist so viel zeit verschwendet ich habe nicht so viel krach gemacht sand sand die sand ich einfach noch habe das was mir vorhin gefallen ist ich habe hier die ganze insel weggeräumt also die ganze hier noch mehr sand noch mehr sand also ich habe hier alles auf den kompletten berg weggerattert weil ich den berg den ich gerade weggerattert habe in diesem tag folgen nochmal dreifacher größe aus sand ja ja jetzt kommt das ding her bloß da hinten noch ein bisschen damit es nicht direkt da drin an der wand klebt weißt du das habe ich das ja auch später ich würde aber gerne unten anfangen hier einfach hier ein bisschen so so jetzt müssen wir ein bisschen hier zu raffinern und man keine erde mehr sieht und das ein bisschen natürlich aussieht bisschen ja nicht kommt was ja folge ist vorbei ich weiß und wir haben es endlich geschafft diesen berg weg zu ratten komplett so das heißt wir machen jetzt in der nächsten folge die ganzen unähmheiten gerade angefangen spannen wir in der nächsten folge komplett und dann bin ich fertig mit den nerven für heute wirklich fertig so für heute weiß ich jetzt nicht aber für diese nacht auf jeden fall das heißt danke wenn ihr es einfach nur ertragen könnt habt ihr echt nerven aus stahl dann selbst ich kann es mir hier kaum antun deswegen wow alle die sich das hier anschauen wirklich wow respekt ja wirklich wirklich respekt ja hier zu verfolgen oder sonst irgendwas und ja deswegen danke und hoffe man sieht sich in der nächsten folge wir haben uns da gestanden Ciao bis zum nächsten Mal